Hallo und herzlich willkommen. In diesem Tutorial richten wir einen Workflow in JTL-Wawi ein. Sobald ein Auftrag angelegt wird, dessen Lieferadresse außerhalb der EU liegt, müssen gegebenenfalls besondere Zollvorschriften beachtet werden. So schreibt beispielsweise die statistische Wertschwelle vor, dass für Sendungen aus der EU in Nicht-EU-Staaten ab einem Paket- bzw. Sendungswert von 1.000 Euro eine gesonderte Zoll-Ausfuhranmeldung erfolgen muss. Sofern möglich, können wir durch ein Splitten der Paketsendungen diese Auflage umgehen. Entsprechende Aufträge sollen deshalb zur Prüfung in den entsprechenden Statusordner der Versandverwaltung gesetzt werden. Unser Administrator soll hierüber per Mail benachrichtigt werden. Das möchten wir mit einem Workflow automatisieren. Dafür wechseln wir als erstes in Einstellungen, Workflows. In der Workflow-Verwaltung wechseln wir in den Reiter Aufträge. Wir wählen als auszulösendes Ereignis Auftrag erstellt und klicken auf Hinzufügen. Dann vergeben wir einen sinnvollen Namen für unseren neuen Workflow. Unter Anwendung bestimmen wir, für welche Anwendung unser Workflow greifen soll. In unserem Fall soll nur JTL-Wawi aktiviert bleiben. Unter Ausführungszeitpunkt lassen wir sofort aktiviert, da unser Workflow immer sofort ausgeführt werden soll, wenn ein Auftrag in ein Nicht-EU-Land mit dem entsprechenden Warenwert versendet werden soll. Jetzt legen wir die erste Bedingung fest. Dafür klicken wir auf Neue Bedingung und dann in das leere Feld. Jetzt definieren wir die erste Bedingung für unseren Workflow. Wir möchten, dass der Workflow immer dann ausgelöst wird, wenn ein Auftrag mit einem Nicht-EU-Land übernommen wird. Dafür hangeln wir uns zur entsprechenden Variable durch, also Auftrag, Lieferung, Lieferadresse, Land, Ist-EU. Als Operator wählen wir Gleich, Falsch aus. Jetzt richten wir die zweite Bedingung ein. Also wenn ein Auftrag einen gewissen Schwellenwert hat, soll der Workflow greifen. Dafür klicken wir auf Neue Bedingung und dann wieder ins leere Feld. Hier müssen wir auf die erweiterten Eigenschaften zurückgreifen. Daher klicken wir auf den entsprechenden Button. In der Verwaltung der erweiterten Eigenschaften klicken wir zunächst unten auf Hinzufügen, um eine Eigenschaft hinzuzufügen. Dann vergeben wir einen sinnvollen Namen. Anschließend wählen wir auf der rechten Seite die Variable für den Gesamtbruttopreis aus. Als nächstes möchten wir eine Variable aus den globalen Texten benutzen, die wir im Vorfeld von diesem Video schon eingerichtet haben. Nähere Informationen über das Verwalten von globalen Texten finden Sie in unserer Online-Dokumentation. Wir wählen hier den globalen Text, Statistische Wertschwelle als Variable aus. Jetzt möchten wir beide mit einer IF-Abfrage prüfen und wenn unser Auftragswert größer ist, soll eine 1 ausgegeben werden, andernfalls eine 0. Die genaue Syntax dieser Abfrage finden Sie auch in unserer Online-Dokumentation. Dann schließen wir unsere erweiterte Eigenschaft mit einem Klick auf OK. Wir müssen die erweiterte Eigenschaft noch als Bedingung auswählen. Also öffnen wir das Dropdown und wählen sie hier aus. Als Operator wählen wir gleich 1 aus. Wir möchten ja, dass der Workflow nur greift, wenn die Gesamtsumme vom Auftrag mehr als 1000 Euro beträgt. Da unser Workflow aber nur dann ausgelöst werden soll, wenn die Gesamtsumme mehr als 1000 Euro beträgt und der Auftrag in ein Nicht-EU-Land geliefert werden soll, stellen wir sicher, dass die Checkbox Alle Bedingungen erfüllt aktiviert ist. Jetzt müssen wir nur noch die Aktionen bestimmen, um den Workflow fertigzustellen. Dafür klicken wir auf Neue Aktion. Als Aktion wählen wir auf Prüfung setzen im Dropdown. Damit werden die entsprechenden Aufträge in diesen Ordner verschoben. Dazu aber später mehr. Da wir beim Ausführen des Workflows per Mail benachrichtigt werden möchten, fügen wir eine weitere Aktion für den Workflow hinzu. Im Dropdown wählen wir die Aktion E-Mail senden. Als Empfänger tragen wir unseren Admin ein. Im Betreff schreiben wir den Grund für die Mail. Und für den Text der E-Mail öffnen wir den .liquid-Editor mit einem Klick auf die drei Punkte. Im E-Mail-Text möchten wir natürlich festhalten, welcher Auftrag in welches Land versandt werden soll und um welche Summe es genau geht. Das machen wir mit den .liquid-Variablen. Nähere Informationen über .liquid finden Sie in unserer Online-Dokumentation und in einem anderen Video. Dann speichern wir unseren E-Mail-Text mit einem Klick auf OK. Jetzt ist unser Workflow fertiggestellt und mit einem Klick auf OK speichern wir ihn. Wenn wir jetzt einen Auftrag erhalten, den wir ins Nicht-EU-Ausland versenden sollen und dessen Warenwert 1.000 Euro übersteigt, dann werden diese Aufträge automatisch in den Versandordner Prüfung notwendig verschoben, damit wir kontrollieren können, ob wir die einzelnen Positionen gegebenenfalls auf mehrere Pakete aufteilen können, um den Warenwert der einzelnen Sendungen wieder unter 1.000 Euro pro Paket zu kriegen. Auch die Mail an unseren Admin ist rausgegangen, um ihn über den Vorgang zu informieren. Dies war ein Video-Tutorial über die Einrichtung eines Workflows und ich freue mich darauf, Sie im nächsten Tutorial begrüßen zu dürfen. Vorher etwasagh schnappen. Wir sehen uns beim nächsten Mal đã axes, sodass es etwas G 무� kayak tutti ließ, wenn Sie aufается G-Aus beforehand herr Phoenix résedes gestorben sind, was sich das jetzt kinhnesيino канал tool zu sehen. Und das zeigt sich dann, was mich auch produkt zu ningún Schmerzen für seinem Schmerzen gez Ship pullet und Hanneuyorum. Schöndemann, wenn Sie sich quasi zu einem Nichtbereid? Vielen Dank. Anwesdaasen Untertitelung des ZDF, 2020